Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich außer Atem. Meine Haare schauen auch ein bisschen wild aus. Woran liegt das? Ich habe gerade Sport gemacht. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Sportler. Aber ab und zu muss es sein. Zum Sport gehört Disziplin und zum Sport gehört auch so ein bisschen Willenskraft. Und da gehört Einsatz. Und selbst wenn man keinen Bock hat, ja dann, wenn man einfach irgendwas bringen will oder wenn man ein Ziel hat. In meinem Fall habe ich ein Ziel. Das Ziel heißt abnehmen. Ich will meinen Bierbauch wegbekommen oder meinen Schokoladenbauch wohl eher. Und da muss ich einfach ein bisschen was machen für die Gesundheit. Und der Weg ist Sport. Ich habe das Ziel und ich trainiere, ob ich Bock habe oder nicht. Und als ich so laufen war, da habe ich mir gedacht, eigentlich ist Sport ein ganz guter Vergleich so für das Leben als Christ, für das Leben im Glauben. Ich meine, für viele Menschen, da heißt es heutzutage, oh Religion ist etwas, was mir gut tun soll. Und das stimmt auch wirklich. Aber was ganz viele Leute einfach überhaupt gar nicht im Blick haben ist, naja, damit es erstmal mir gut tun kann auf die lange Sicht, da muss ich auch was reingeben. Disziplin und Anstrengung und ja immer wieder wiederholen und üben und üben und üben und trainieren und trainieren und trainieren. So ist es beim Sport auch. Wenn ich einmal joggen gehe, dann wird mir das nichts bringen. Da werde ich nicht groß abnehmen. Aber wenn ich zweimal gehe, wenn ich dreimal gehe, wenn ich zehnmal gehe, wenn ich regelmäßig gehe, wenn ich das trainiere, tja, irgendwann mal stelle ich mich auf die Waage und ich merke, das hat ja wirklich was gebracht und nicht nur eben der dicke Bauch ist weg, sondern ich fühle mich auch fitter und ich fühle mich sportlicher und gesünder einfach. Und das macht mich dann letztendlich auch glücklicher. Ja, und beim Glauben ist es nicht so, dass man irgendwie einmal in den Gottesdienst geht oder man schlägt einmal die Bibel auf oder man betet einmal. Ja klar, davon kann man total profitieren. Aber wenn Glaube dir wirklich was bringen soll, dann musst du das regelmäßig machen. Dann musst du das trainieren wie ein Sportler. Regelmäßig Bibel lesen, regelmäßig beten, regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Und dann, ja, wirst du merken, manchmal irgendwie, da ist das vielleicht auch anstrengend. Da verstehe ich das nicht, was in der Bibel steht. Aber je länger ich in der Bibel lese, desto mehr verstehe ich ihn, desto mehr merke ich, was es mir bringt in meinem Leben einfach. Und so ist Sportler sein, ja, trainieren, ist ja wirklich ein ganz guter Vergleich für das Leben als Christ. Was ja auch ein Training ist. Paulus, der viele Briefe in der Bibel geschrieben hat, der viele Kapitel in der Bibel geschrieben hat, der sagt, ja, es ist wie ein Wettkampf. Es ist wie ein Wettkampf. Und jemand, der ein guter Sportler sein will, der verzichtet auf so manches. In meinem Fall vielleicht, ich verzichte auf Schokolade oder viel Zucker oder so. Einfach, weil ich ein Ziel habe. Und im Glauben, da ist es auch ganz viel, ja, trainieren. Und man verzichtet vielleicht auch wirklich was. Und manchmal braucht man Disziplin. Und es ist anstrengend. Aber Jesus ist sowas wie unser Trainer. Er ist so jemand wie Jogi Löw in unserem Leben. Er trainiert uns und er feuert uns an. Und er bestätigt uns. Und er, ja, motiviert uns. Und er lasst uns, ja, sehen einfach, was für Erfolge wir schon gemacht haben. Und er hilft uns einfach dabei, damit wir wachsen im Glauben. Damit wir Erfahrungen haben mit ihm. Und dass wir merken einfach, hey, das bringt mir wirklich was. Also, lasst uns Sport machen. Für unseren Körper. Aber lasst uns auch für unseren Geist Sport machen, sozusagen. Und, ja, von den Sportlern lernen. Weil Christ sein und, ja, an Jesus dranbleiben. Und Glauben hat ganz viel mit, ja, ja, Werten zu tun, die auch im Sport zu tragen kommen. Mein Name ist Stefan von Projekt K. Kirche für Freihaben. Und wir sehen uns beim Sport machen. Bis dann. Bye.